Zur Colt Walter Challenge mit der Musikfrau und Frau von der Schmiede. Wir bedanken uns beim Musikverein Gockendorf für die Nominierung. Wir nominieren gleichzeitig den Schmiedertaler Jagdhormbläser für diese Challenge. Und wir nominieren weiter den Moosbacher Blech aus Gottesdorf. Genau. Gut, und wir spielen für euch jetzt den Spielmannsgruß. An geht's! An geht's! An geht's! An geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.